Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit Letzter Schluss. Dieses Mal geht es erneut um drei kleine Helfer und um das Schlüsselbund von Gnome und KDE. Das ist euch vielleicht mal aufgefallen, dass da so ein Passwortabfragedialog kommt, um einen Schlüsselbund zu öffnen, auch wenn ihr es überhaupt nicht eingerichtet habt. Und es geht auch darum, wie ihr Metadaten von Dateien entfernen könnt. Der Gnome-Schlüsselbund bzw. dieser Dialog zum Abfragen von einem Passwort für diesen Schlüsselbund ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr einen Chromium-basierten Browser, zum Beispiel Chrome oder Brave, verwendet und eigentlich überhaupt nicht wisst, was das Ganze soll. Denn eigentlich wollt ihr eure Passworte anders verwalten mit KeyPassXC oder sonst was. Und diesen Gnome-Schlüsselbund wollt ihr überhaupt nicht verwenden und habt ihn nicht eingerichtet. Aber dieser Dialog kommt halt trotzdem. Die einfachste Variante dabei ist, dass ihr das Ding einfach komplett entfernt. Zum Beispiel unter Debian, Ubuntu, Linux, Mint ist es dieses Paket Gnome-Keyring. Und mit apt-remove entfernt ihr erstmal diesen Schlüsselbund komplett. Und danach konfiguriert ihr PAM einmal um. Das ist so ein Passwort-Authentifizierungssystem, wo verschiedene Mechanismen zusammenarbeiten. Also nicht nur Passwort-basierte, sondern auch alles Mögliche. Und dann bekommt ihr so einen Text-Modus-Dialog. Und dann gibt es einzelne Punkte zum An- bzw. Abhaken. Und der letzte Punkt ist Gnome-Keyring-Demon. Und den deaktiviert ihr. Da geht ihr mit den Pfeiltasten nach unten bis zum letzten Punkt. Falls ihr mehr oder weniger habt, kann es auch woanders stehen. Und einmal Leertaste drücken, damit dieses Sternchen weg ist. Und dann weiter auf OK mit den Pfeiltasten gehen und Enter drücken. Und dann seid ihr den auch los. Bei KDE gibt es was Ähnliches. Das heißt dort KDE-Wallet. Und man kann das leider nicht deinstallieren. Denn wenn man das probiert, dann reißt das quasi alles, was zu KDE mitgehört, auch mit runter. Wenn ihr also irgendeine KDE-Anwendung installiert habt, dann kommt das üblicherweise auch mit. Und wenn ihr das Wallet deinstalliert, dann deinstalliert ihr auch diese KDE-Anwendung. Also von daher, deinstallieren ist leider keine Option. Darum kann man das Ganze anders machen, indem wir das deaktivieren. Und ja, das machen wir erstmal so. Wir gehen in unser Home-Verzeichnis rein, als der Benutzer, der wir jetzt sind. Und legen dort folgende Verzeichnisse mit Unterverzeichnissen an. Also Punkt KDE-Share-Config und Punkt-Config an. Das Minus-P bedeutet, dass Unterverzeichnisse in einem Schritt angelegt werden können. Ansonsten müssten wir das jetzt in mehreren Schritten machen. Dann müssten wir erst das Punkt KDE-Verzeichnis anlegen. Dann das Punkt KDE-Share-Verzeichnis anlegen. Und als letzten Schritt Punkt KDE-Share-Config. Konfig und durch das Minus-P sparen wir uns das. Mkdir liegt Verzeichnisse an. Dann legen wir eine neue Datei an, die wir unter Punkt-Config K-Wallet-RC hinschreiben. Und der Inhalt davon ist das, was hier jetzt markiert ist. Echo würde das, was zwischen den Hochkommata steht, eigentlich auf der Konsole ausgeben. Aber wir wollen das Ganze natürlich umleiten. Das machen wir mit dem Pfeil hier. Und der Inhalt ist denn Wallet-First-Use-False und Enabled-False. Also damit sagen wir diesem Wallet, dass es nicht das erste Mal gestartet wurde. Sonst kommt da so ein Einrichtungsdialog. Und über das Enabled-False deaktivieren wir das Ganze. Da es irgendwie nicht so eindeutig ist, wo diese Datei hingehört, diese K-Wallet-RC, kopieren wir die jetzt einfach nochmal in dieses andere Verzeichnis rein. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Diese Konfiguration könnt ihr auch durch Common Install meine Konfigurations- und Installationssammlung mit verschiedenen Modulen installieren bzw. vornehmen. Und dort heißt diese Funktion CI Disable Car Wallet. Kommen wir zum letzten Helfer. Das ist der Metadata Cleaner oder Metadata Cleaner. Das ist eine GTK-Oberfläche für das Kommandozeilenprogramm MAT2. Und das entfernt Metadaten aus verschiedenen Arten von Latein, zum Beispiel GPS-Positionen aus Bildern. Denn eure Kamera bzw. euer Smartphone baut in Bilder-GPS-Positionen ein. Es sei denn, ihr habt es deaktiviert, falls man es deaktivieren kann. Oder dass Autor und Firmenname im Text drin steht und was weiß ich alles. Und MAT2 bzw. die Oberfläche dafür entfernt diese Metadaten aus sehr verschiedenen Dateitypen. Hier ist einfach mal eine Liste mit sehr vielen verschiedenen, also Audio-Text-Dateien sind dabei, Videodateien und Bilder und daraus kann es auch entfernt werden. Die Installation unter einem Debian Ubuntu Linux Mint geschieht über APT, über den Kommandozeilen-Paketmanager. Ihr könnt natürlich auch was Grafisches nehmen. Sucht einfach nach dem Paket hier und installiert das dann gerne grafisch. Oder auf der Kommandozeile über APT install metadata-cleaner und dann wird alles runtergeladen. Man kann das Ganze auch aus dem FlatHub nehmen als Flatpack. Und die Installation ist dann so und das anschließende Starten geschieht darüber. Das war es dann auch wiederum mit einer neuen Folge 3 kleine Helfer. Ich hoffe, es war was für euch dabei oder falls ihr es aktuell nicht braucht, behaltet es einfach im Hinterkopf und guckt diese Folge dann nochmal, wenn ihr ja wirklich einen Anwendungsfall dafür habt. Ansonsten macht es natürlich gerne nach. Lasst es bleiben, aber natürlich nicht vergessen, abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020